Moinsens YouTube und herzlich willkommen bei eurem Captain Daydreamer mit einem ganz ganz kurzen Status Update, was denn momentan so ist, wie es jetzt weitergeht und dies und das und jenes und ich muss mich beeilen, weil ich hab's eilig. Wir sind bei dem Punkt, dass ich am 2.11. meine Leitung bekomme an Kriegers Geburtstag, besten Dank. Hab da richtig paar Lava mit Vodafone, das geht dann bis zum Anwalt jetzt alles und naja, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall ist da die Kacke am Dampfen und naja, ich kümmere mich halt darum, aber ladet trotzdem jetzt noch so ein bisschen Need for Speed hoch am Wochenende. Ich hab leider, ich hätte schon lange was wieder freischalten können von den Videos, die ich hochgeladen hab, aber mir hatte genau ein Video gefehlt, was ich nicht hochgeladen hatte und man lädt Folgen nun mal chronologisch hoch. Ich würde jetzt nicht auf einmal statt Folge 26 auf einmal Folge 28 oder so eine Scheiße hochladen, das geht ja nicht. Und von daher, und die Story hier zu meiner Abschlussfahrt und dieses, ich sag mal Reisevideo, bin ich noch am Schnibbeln, muss da noch ein bisschen mit Facecam rumarbeiten, dass ich da noch ein bisschen meine Eindrücke mit einbringe und so weiter etc. pp. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war's dann mit dem Status-Update. Ihr kriegt bald wieder Input, Output, genau. Und lasst euch überraschen, bis dann, euer Captain Daydreamer, ciao!